Hallo zusammen, in dieser Einheit dreht es sich darum, wie man Gleichungen höheren Grades löst. Also zum Beispiel so etwas hier mit x hoch 4. Wir kennen ja eine Formel für quadratische Gleichungen, also bis x hoch 2 ist es mal kein Problem, aber ab x hoch 3 haben wir schon mal ein kleines Problem. Naja, wie löst man solche Gleichungen? Die Antwort ist relativ einfach, du nimmst am besten den CAS Teil von GeoGebra und gibst hier den Lösebefehl ein. Dann nehmen wir diese Gleichung hier, da kann man $1 schreiben, weil das ja auf Position 1 steht. So, löse $1, dann könnte man das Ganze numerisch lösen, dann kriegst du eine Anzeige so wie am Taschenrechner oder mit Symbolen, das heißt mit Brüchen und Wurzeln. Dann machen wir es mal numerisch, weil es kommen schöne Lösungen raus. Das habe ich schon vorher so eingestellt, beziehungsweise die Angabe so gewählt. Okay, damit könnte das Kapitel jetzt eigentlich schon zu Ende sein. Nur, es gibt halt noch die Theorie dazu und ich möchte da schrittweise einige Methoden zeigen, wie man das Ganze ohne Computer macht. Wie gesagt, normalerweise nimmst du eine Unterstützung von Computer oder Taschenrechner. Unser Taschenrechner, also die besseren Taschenrechner, die einige von euch haben können, bis zu Grad 3 ganz locker auflösen, ab dann wird es ein bisschen komplizierter. Ja, beginnen wir mal ganz klein und zwar in umgekehrter Reihenfolge. Das heißt, wir nehmen uns eine bestimmte Lösung vor und suchen die Gleichung dazu. Also zum Beispiel überlegen wir uns, wie müsste jetzt eine Gleichung aussehen, die x ist gleich 5 als Lösung hat. Naja, das ist relativ einfach. Zum Beispiel x minus 5 ist gleich 0. Denn hier würde ich ja den 5er jetzt auf die andere Seite bringen und habe sofort die Lösung x ist gleich 5. Ich möchte aber noch ein bisschen bei diesem Ausdruck x minus 5 bleiben, denn hier haben wir ein x mit einer, ja sagen wir mal mit einem Einsalshochzahl. Also sowas nennt man einen linearen Term. Linear deshalb, weil das als Funktion ja eine Gerade wäre. Und x minus 5 ist gleich 0 hat plus 5 als Lösung, weil wenn ich hier für x plus 5 einsetze, kriege ich eine wahre Aussage. 5 minus 5 ist ja 0. Und ich kann das auch hier mit GeoGebra zeigen, denn ich brauche einfach nur wieder den Lösebefehl verwenden und ich löse jetzt dieses x minus 5 ist gleich 0 und natürlich kommt raus x ist gleich 5. Ganz klar. Gut, jetzt gehe ich einen Schritt weiter, denn ich möchte jetzt zwei verschiedene Lösungen haben. Ich hätte ganz gern eine Lösung x1 ist gleich 5 und eine zweite Lösung, sagen wir x2 ist gleich, naja nehmen wir minus 1. So, wie kann ich das machen? Ja, auch das ist nicht so wahnsinnig schwierig. Ich nehme jetzt einfach x minus 5 mal x plus 1. Wieso funktioniert der Trick? Na ja, ganz einfach, aus demselben Grund wie vorher. Ich habe hier einen Ausdruck x minus 5 in Klammer und wenn ich hier 5 einsetze, wird der 0. Und hier ist der ein gedachter Malpunkt und 0 mal irgendwas ist auf jeden Fall 0. Eine wahre Aussage. Genau dasselbe kann ich aber mit der anderen Klammer hier auch spielen. Wenn ich hier statt x minus 1 einsetze, dann steht hier minus 1 plus 1 ist 0 und dann wird dieser Klammerausdruck 0. Na ja, und dann habe ich wieder diese Klammer mal 0 ist gleich 0 und auch das stimmt auf jeden Fall. Also, wenn ich das hier nehme, ah ja, okay, löse, ich mache das jetzt gleich ein bisschen anders, ich sage löse $3, weil das hier in Seile 3 steht und wir haben eine Gleichung gefunden mit zwei Lösungen. Ich kann noch einen Schritt weiter gehen, ich kann diese Gleichung hier ausmultiplizieren lassen. Wenn ich hier auf numerisch lösen gehe, sehe ich, ah, okay, wenn ich die Klammern ausmultipliziere, dann ergibt sich eine quadratische Gleichung. x² minus 4x minus 5 ist gleich 0 und die hat zwei Lösungen. So, und das Ganze spiele ich jetzt einfach weiter. Ich nehme jetzt noch eine dritte Lösung dazu. Sagen wir x3 ist gleich, na, nehmen wir mal 2. So, wie muss ich das ergänzen? Na ja, ich möchte 2 als Lösung, also muss ich x minus 2 hinschreiben, damit, wenn ich 2 einsetze, hier 0 rauskommt und, ja, man sieht jetzt sofort, wenn ich es ausmultipliziere, habe ich eine Gleichung dritten Grades mit genau den drei Lösungen, die ich haben will. Na ja, und jetzt nehme ich halt noch einen Schritt dazu. Eine vierte Lösung, sagen wir x4 ist gleich, was haben wir noch nicht, 3. Überleg mal kurz, was muss ich hier ergänzen, dass ich jetzt auch noch plus 3 als Lösung kriege? Na ja, x minus 3. Also, ich nehme sozusagen immer x minus die Lösung, die ich gerne hätte. Ich lasse das gleich wieder ausmultiplizieren und komme hier auf x hoch 4 minus 9x plus 21x² plus x minus 30 ist gleich 0 mit genau diesen vier Lösungen und das war die Gleichung, von der wir ausgegangen sind. So eine Gleichung in dieser Form, das nennt man eine, ja, man könnte sagen, eine Gleichung, die in lauter Linearfaktoren aufgespalten ist. Linear deshalb, weil hier keine Hochzahl vorkommt, beziehungsweise ein gedachtes Hoch 1 und weil es lauter Faktoren sind, also Teile einer Multiplikation. Und das kann ich eben mit der sogenannten Produkt-Null-Regel auflösen. Es reicht, wenn eine von diesen Klammern 0 ist, damit eine wahre Aussage rauskommt. Und so komme ich sozusagen, wenn ich die Lösungen kenne, zu einer Funktion von einem, ja, von einem Grad, der genauso groß ist wie die Anzahl der Lösungen.